Immer mehr Dinge sind in unserer Welt miteinander über das Internet vernetzt. Und vieles wird über Computer gesteuert. Genau diese versuchen, Hacker anzugreifen. Beispiel 1. In einigen Firmen werden Roboter und Maschinen auch über das Internet gesteuert. Wenn Hacker in das Computernetzwerk einer Firma eindringen, können sie so Roboter und Maschinen zum Beispiel anhalten. Und die Firmen könnten nichts mehr produzieren. Beispiel 2. Auch Kraftwerke, die Strom herstellen, werden über Computer gesteuert. Wenn hier Hacker in das Computernetzwerk eindringen würden, könnten sie dafür sorgen, dass sogar der Strom zu einer Zeit ausfällt. Beispiel 3. Auch bei einigen Menschen zu Hause sind Dinge ans Internet angeschlossen. Kühlschränke können zum Beispiel Nachrichten aufs Handy verschicken. Oder die Heizung und das Licht können über eine App auf dem Handy oder Tablet an- und ausgeschaltet werden. Auch hier könnten Hacker angreifen und alles durcheinander bringen. Das ist gefährlich. Aber es gibt Möglichkeiten, sich vor diesen Hackerangriffen besser zu schützen. Zum Beispiel, indem man spezielle Schutzprogramme installiert. Die verhindern, dass Hacker in Netzwerke und Computer eindringen können.